Ich bin Lukas Herzog und bin in Stuttgart geboren. Das ist eine längere Geschichte. Ich hatte erst mal die ganze Zeit in der Jugend die Nummer eins und sieben, aber die war dann leider bei den Profis, als ich damals hochgekommen bin, schon vergeben. Da hatte ich die acht ein Jahr, aber die war dann leider auch am nächsten Jahr vergeben und dann habe ich mich für die Elf entschieden. Ich bin mit meiner Freundin am 11. Juni zusammengekommen, deswegen die Elf erstmal wieder rausgehen, Freiheit genießen, ein bisschen im Restaurant gehen. Nicht so gut, langweilig, nicht so schön. Mit euch Fans ist viel schöner. Lustig, ehrgeizig und fröhlich. Instagram, Haus des Geldes. Natürlich den Erfolg vom letzten Mal an dem Anknüpfen und vielleicht noch mehr rausholen. Die Bubble in München vor zwei Jahren. Liebe Freunde.